Was tust du, wenn das, was du brauchst, um dein Leben zu retten, genau das ist, was dein Leben unerträglich machen würde? Was tust du, wenn das, was du brauchst, um dein Leben zu retten? Was tust du, wenn das, was du brauchst, um dein Leben zu retten? Was tust du, wenn das, was du brauchst, was du brauchst? I feel I'm going under Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Ich möchte, dass du meine Zeugin findest und sie zur Aussage herbringst. Vielleicht war es ihr Blut in meinen Adern, das mich sie spüren ließ. Der Herzschlag ihres lebendigen Herzens. Vielleicht waren wir auch schon immer miteinander verbunden. Wie dem auch sei, mir nahe zu sein würde immer eine Gefahr für sie darstellen. Also muss es aufhören.